dass durch einen Erdrutsch aufgrund der starken Regenfälle ein ICE aus dem Gleis gesprungen ist. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.